ja es geht heute mal wieder weiter road to 10.000 pokale auf diese neuen roth das account ja ich würde sagen wir schnacken nicht lang rum und gehen schon direkt in die erste runde mit der haben wir noch ein paar quests wir haben immer noch eine quest übrig und zwar einmal noch ja noch ein spiel drücken gehen wir direkt los lego erste runde ist am start st e e ja 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 ich kann auch noch an der freien muss los aber ist das andere das muss ich unbedingt für die streams muss ich das ausmachen für jede app Oh, das ist ja auch schon. Ja, wohl... der Tammodos aktiviert wie er böse wir machen das easy, oder? ja wir machen wieder OHA ja wir machen jetzt die zwei Quests doch mit dem Schaden und dann müssten wir und dann haben wir auch schon die 1400 Pokale ja 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 Zeit für ein Detox ja komm mal her oh fuck oh fuck Scheiße schon vor der Nacht soll ich sagen öhm immer schon auf Abstand bleiben oder auch ne oder auch ja so schwer oh mein komm ja 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 und 30 Trophys und drei neue Stufen holy hoi 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 ja ja mit den 1600 Trophys haben wir dann auch schlussendlich 8-bit freigeschaltet aber die können wir uns auch kaufen weil dann können wir nämlich auch schon direkt auf den epischen gehen aber ne machen wir nicht wir kreden ab wir kreden ab auf Power 7 machen wir machen wir machen wir nita der nita wird ab jetzt kredos und wir hat auch direkt die zwei Gadgets gekauft dann haben wir den schon mal hinter uns so perfekt so muss das sein so muss das sein komm kreden ab jetzt können wir wahrscheinlich das ist ja tausend für 100 Pokale erreicht bin mehr als zufrieden ich weiß schon nicht wie lange es wieder schon wieder geht soll ich nicht so lange sein mach ich nicht so langes Video diga holen wir uns nicht wir wollen unsere Jams sparen da sechs Tage haben wir noch bis dann der neue Roller kommt Willow äh Moment mal das Willow ne Willow ist episch ja ok mehr gibt's dann wahrscheinlich mehr gibt's jetzt aktuell nicht mehr zu machen ich weiß jetzt auch nicht was wir noch machen könnten außer halt häufig Spiele spielen und so wir müssen die Brawler pushen aber das möchte ich gern im Stream am wann hab ich gewann haben hab ich gesagt am am Fre ne ich hab ne am Samstag ne Freitag war's Freitag war's ja am Freitag um 18.30 Uhr bin ich gleich auf Twitch könnt ihr gerne vorbeischauen diesmal packe ich den Link auch mal in die Beschreibung ähm ähm ja wir zeugen auch noch wieder Brawl Stars pushen ordentlich Pokale im Stream ich will wir streamen auch wahrscheinlich streamen wir bis wir die bis wir sind 3600 kommen bis dorthin werden wir wahrscheinlich dann streamen ich werde ein Teil mal laufen lassen werdet ihr alles am Freitag um 18.30 Uhr sehen schaut auf Twitch vorbei und dann würde ich sagen war's das mit dem Video ich hoffe es euch gefallen dass wir ein Like und ein Abo da und ja dann sehen wir uns am Freitag im Live Stream wieder um 18.30 Uhr und dann sag ich euch euer Gamer651 Ciao